Kennen Sie den Dunkel? Die sagt mir nichts. Ich glaube, sie kennt den Dunkel nicht. Sie wird ihn noch kennenlernen. Hallo und herzlich willkommen bei Ich hab da was TV. Mein Name ist Michael Schober, der nette Herr von Ich hab da was TV. Und ich habe schon so viel über ihn gehört, über diesen Dunkel. Ja, wer ist dieser Dunkel? Was macht der Dunkel? Und genau diese Fragen werden wir heute in Leobos auch stellen. Wir werden in Kürze in der Fußgängerzone sein. Ja, ein paar Spielchen mit den Leuten machen und wirklich schauen, wer ist der Dunkel? Auf Los geht's, los! Schober von Ich hab da was TV. Kennen Sie den Reinhard Dunkel? Logo. Woher kennen Sie den Dunkel? In der ersten Rede vom heurigen, ja. Schober von Ich hab da was TV. Darf ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Ja, bitte. Kennen Sie den Dunkel? Dunkel, ja, der heurigen Dunkel. Reinhard hat jetzt ein neues Motto. Darf ich Ihnen das vorlesen? Ja. Kannst du kurz die Ohren zu halten? Ja. Kurz die Ohren zu halten, das müssen wir bitte aufnehmen. Also Kinder werden bei Ich hab da was TV geschützt. Bitte die Ohren zu halten. Achtung! Das Motto vom Reinhard. Zwei bis drei Gläser Wein pro Tag senken das Risiko, sich über ihn in jeden Scheiß aufzuregen. Hat er recht? Ja, hat er recht. Super. Dankeschön. Dankeschön. Entschuldigen, Michael Schofer, ich hab da was TV. Darf ich eine Frage kurz stellen? Eine Frage? Keine Zeit. Wie will ich jetzt eine Frage stellen? Na gut, wieder schauen. Der Dunkel hat bald ausgesteckt, bitte. Der Dunkel, ja. Kommen Sie eh hin. Super. Können Sie einen Arme winken für uns? Dankeschön. Bei mir, liebe Zuseher, der. Norman. Und ich werde dir zwei Kostproben geben und du sagst mir dann, welcher der Dunkelwein ist und welcher der Fusel ist, ok? Achtung, es dauert noch ein bisschen, ich muss die Flaschen noch köpfen. So, der Wasser, der erste Probe der Wein, Achtung, ich geb ihn dir. Okay. So, bitte einmal kosten, was sagst du dazu? Der Essigwasser. Nein, ist das, ist das, schmeckt das noch Wein? Ja, das ist nichts. Das ist, ok, ist ein Essigwasser, sagt der Person. So, nochmal ein Wein und die Probe 2 zum Nachspülen. Wie schmeckt der? Kost einmal. Und was sagst? Nein, das ist was anderes. Kennen Sie den Reinhard Dunkel? Ja, Masseur. Nein, das ist kein Masseur. Das ist ein Fitnessdunkel. Das ist ein anderer Dunkel. Entschuldigung, Michael, schon war für euch ab, da war es die Frau, ich habe gerade gesehen, sie haben gepritzelt, stimmt das? Ja. Kennen Sie das Motto vom Reinhard Dunkel, den Winzermeister? Kennen Sie das Motto vom Reinhard Dunkel, den Winzermeister? Weiß ich nicht. Ich sag's wieder. Das heißt Safe Water Drink Wine. Sie haben gerade ein Wasser gepritzelt, also Safe Water Drink Wine. Ich habe jetzt halt Wasser gepritzelt. Hat der für ihn eine Quizfrage gestellt? Ja, bitte. Was nicht so schwabelt. Wann hat der Dunkelheirigen ausgesteckt? Ah, 12. September wieder, sehr schön. Liebe Zuseher, das war's heute mit Ich hab da was aus Leobersdorf. Ich muss sagen, ich bin begeistert, auch jeder, fast jeder hat den Reinhard Dunkel gekannt. Der Wein war gut, wir haben einen Spaß gehabt. Und ich kann noch sagen, Dunkel, absolut eine Empfehlung von euch ab da was TV. Auf Wiedersehen!